Trotzdem ist es ja jetzt nicht so, dass wir hier eine faschistische Diktatur erlebt haben, die nicht mehr ablösbar ist, sondern wir haben jetzt halt einfach wieder jemand wie Biden an der Macht und in Brasilien haben wir jetzt sogar wieder einen Linken an der Macht mit Lula. Das ist halt eine Einstellung, die glaube ich ziemlich schädlich auch für die Linke ist, wenn sie schon in so einer vorprognostizierten Aufgabe des eigenen Standpunkts und des eigenen Kampfes halt da existiert, weil sie sagt, ja dann ist es ja eh hoffnungslos, wenn die einmal in der Macht sind. Sonst gehen wir auch wirklich einfach von so einer materialistischen Betrachtungsweise von dem Ganzen weg und gehen dann über in so ein liberales Bild von einer Geschichte von großen Männern, die große Taten wegen großen Ideen vollbringen. Und alles hängt sich nur daran auf. Diese ganzen Grundsätze, auf denen dann eigentlich nur die rechte Regierung aufsetzen und im Endeffekt dem Ganzen noch eine scheußlich schmeckende Kirsche oben draufsetzen. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Die alte Welt liegt im Sterben. Die neue Welt ist noch nicht geboren. Vor der Tür steht der drohende Untergang. Das Ende jedwedes kleines Hoffnungsschimmers auf ein gutes Leben. Das große Blutvergießen. Die Kehle schnürt sich zu. Der Magen fühlt sich an, als würde er sich selber verzehren. Mit schwitzigen Händen wird auf Videos geklickt, welche Männer mit orangener Haut und schlechten Frisuren fahlblonder Farbe zeigen, die ihren Endsieg verkünden. Blaue Balken, die wie apokalyptische Monolithen dunkler Götter der düsteren Teile deutscher Geschichte in den Himmel ragen. Die Brut der Menschen schlechter, welche schon einmal zuvor das Blut unzähliger vergossen haben, greifen nach und nach, Stück für Stück, mit ihren Klauen nach den Zeptern der Macht, um es ihren Vorvätern gleich zu tun. Jetzt heißt es Kampf oder Flucht. Kampf mit allen Verbündeten, mit allen Mitteln, Flucht ins geringere Übel. Heute wollen wir durchatmen und den Schleier dieses Grauens gemeinsam lüften. Wir wollen darüber sprechen, warum Linke Angst haben vor dem kommenden Untergang durch rechte Regierungen, Faschisten oder einzelne Vertreter des Kapitals. Was dran ist an diesen Befürchtungen und warum häufig schädlich und irrational auf diese Angst reagiert wird. Ich sehe schon, dass du noch sehr stark beeinflusst bist von unserer gestrigen Runde Arkham Horror, das Kartenspiel, dieser Einführung. Ja, ich konnte nicht anders als mit den Monolithen der dunklen Götter. Aber es passt ja auch zu unserem letzten Halloween-Stream, wo wir noch so richtig schön in Stimmung von Grauen, da eher aus der Linken, heute dann mal eher von der rechten Seite sind. Ja, heute mal wieder ein Thema, wo wir einen Perspektivwechsel wagen, wo wir ja vielleicht eine Positionierung anstreben zu einem Thema, was so gesetzt zu sein scheint. Die Angst der Linken vor der Übernahme von rechts. Ich würde euch vielleicht noch kurz die Struktur vorstellen, die wir uns heute überlegt haben. Zuerst werden wir sprechen, die Angst wovor, dann über Mythos oder Wahrheit und zum Schluss, wie mit der Angst umgehen. Ja, vielleicht können wir vorher nochmal so allgemein sagen, was wir uns eigentlich damit gedacht haben. Ja, das Phänomen in der Ausprägung, wie wir es jetzt erleben, ist eigentlich gar nicht so alt. Und ich würde sagen, es gab schon immer eine Form von berechtigter oder auch teilweise unberechtigter Angst gegenüber einer Machtübernahme von rechts innerhalb von der Linken. Aber so seit dem Aufkommen der AfD, wo sie sich dann ja auch nochmal gewandelt hat, am Anfang wurde das ja nur so ein bisschen kritisch beäugt, weil es ja nicht dezidiert eine rechtsradikale Partei von Anfang an war, sondern sich das erst so gemausert hat mit den Jahren. Und speziell mit dem Aufkommen von Trump und auch parallelen Entwicklungen in vielen anderen Ländern, wie jetzt in Brasilien, anderen Ländern in Europa, wie in Polen oder in Italien und vergleichbaren Konstellationen, kommt also so eine Art von Narrativ innerhalb der Linken auf, dass man das Gefühl hat, dass wir ständig einen Schritt nur noch von dem Faschismus stehen, sowohl in Deutschland als auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern. Für uns ist das halt so eine spannende Frage, weil wir haben ja die Machtübernahme von rechten bis rechtsradikalen Machthabern in der Regel oder eigentlich immer durch Wahlen tatsächlich auch erlebt, haben eine Menge von rechten Regierungen und natürlich passiert auch eine Menge Scheiße innerhalb dieser Länder und natürlich führt es auch zu einer Dramatisierung oftmals der Zustände, die vor Ort auch dann teilweise im realen Irrsinn des kapitalistischen Systems eh schon existiert haben. Aber es kommt eigentlich fast nirgendwo zu diesen ganz krassen Ausprägungen, dass jetzt riesige Genozide vonstatten gehen oder jetzt alle politischen Gegner in irgendwelche Arbeitslager gesperrt werden. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, wo wir uns gefragt haben, da passt so nicht ganz eigentlich diese Befürchtung mit der dann Realität, die letztendlich eintritt, zusammen. Und darüber wollen wir eigentlich sprechen, damit ihr so ein bisschen klar habt, was so der Kontext unserer Folge heute ist, um das nochmal ein bisschen klarer zu stellen, falls es noch nicht für alle bisher sichtlich geworden ist. Ja, und natürlich geht es uns auch nicht nur darum, eben zu sagen, okay, das deckt sich jetzt nicht komplett mit der Realität, wie dieses Phänomen rechte Regierung betrachtet werden, sondern wie wir eingangs ja auch schon gesagt haben, geht es uns auch wirklich darum zu sagen, dass dadurch auch Probleme für die eigene Politik entstehen und auch teilweise große Fehler gemacht werden im Umgang eben mit diesen rechten Regierungen. Aber bevor wir da jetzt auch wieder zu tief darauf eingehen, möchten wir eben damit anfangen, die Angst, wovor eigentlich. Und da sei vielleicht direkt zum Anfang nochmal gesagt, wenn wir jetzt darüber sprechen, sprechen wir eben primär analytisch darüber und natürlich auch in ein paar Punkten darüber, wie wir es dann besonders selber merken würden oder wie wir es von anderen Leuten, Genossinnen und Genossen kennen. Es ist aber auch so, das muss man natürlich dabei sagen, gerade wenn man sich jetzt anguckt, was man dann mit der Wahl von Trump gehört hat, gibt es auch ganz viele Personengruppen, die das natürlich nochmal auf einer persönlichen Ebene viel direkter spüren, dass sich einfach ein gesellschaftliches Klima ändert. Das können wir jetzt natürlich nicht in dem Maße auch so widerspiegeln. Aber das sollte vielleicht dabei auch im Hinterkopf behalten werden. Ja, und du hast es ja vorher auch schon erwähnt, es macht erstmal einen großen Unterschied bei dieser Angst natürlich, wenn wir über die rechte Übernahme von Regierung sprechen, ob das Ganze auf einem parlamentarischen Weg passiert oder auf dem Weg des Putsches. Weil gerade diesen parlamentarischen Weg, den haben wir ja einfach schon immer wieder mitbekommen. Und zumindest in den Ländern, die jetzt tatsächlich, und ich verwende das jetzt mal das Wort so, einen funktionierenden Parlamentarismus haben, zeigt uns zumindest die jüngere Geschichte von diesen Staaten, dass es dann nicht so ist, dass wenn diese rechte Regierung einmal an der Macht ist, sie für immer da bleibt. Sondern wir haben etliche Fälle, in denen die dann, wie gesagt, natürlich nicht in allen Staaten, aber in den meisten dann auch wieder abgewählt werden können. Ja, wie das dann zum Beispiel in Amerika oder jetzt erst kürzlich, worauf auch sich so ein bisschen die Initiative für diese Folge gründet, in Brasilien mit Bolsonaro passiert ist, dass also dann diese rechten bis, ja, eigentlich rechtsradikalen Personen wie Trump und Bolsonaro einige Jahre an der Macht sind, dort eine entsprechende Politik verfolgen, die, wenn man sich das dann konkret anguckt, speziell nicht in dem Beispiel Trump, jetzt nicht herausstechend im Vergleich zu der sonstigen US-Politik irgendwie sich da unterscheidet, von dem, was für auch rassistische oder sonstige Politik passiert ist. Natürlich gibt es nur auf jeden Fall eine Zuspitzung. Und es gibt natürlich auch eine Entwicklung hin ins Autoritäre, eine schleichende, was halt den Abbau der verschiedenen Gewaltenteilungsverhältnisse auch in den USA zum Beispiel anbelangt. Aber trotzdem ist es ja jetzt nicht so, dass wir hier eine faschistische Diktatur erlebt haben, die nicht mehr ablösbar ist, sondern wir haben jetzt halt einfach wieder jemand wie Biden an der Macht und in Brasilien haben wir jetzt sogar wieder einen Linken an der Macht mit Luda. Und von daher macht es doch erstmal schon einen sehr großen Unterschied, ob wir hier einen parlamentarischen Wechsel erlebt haben oder einen Putsch. Da könnte man natürlich jetzt auch direkt sagen, ja, guck mal, die Nationalsozialisten damals in Deutschland sind doch auch mit dem Weg der Wahlen an die Macht gekommen. Okay, aber nun mal gab es damals eine gigantische faschistische Bewegung, die auch extrem stark organisiert war, die ein sehr großes organisiertes Gewaltmonopol ausgeübt hat, welches auch vorhanden ist in der rechten Bewegung von Trump, aber in keinem annähernden Verhältnis zu setzen ist, so, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir Putschversuche von Rechts und Umsetzung haben wir eigentlich gar nicht mehr erlebt in diesem ganzen Zeitraum. Zumindest in den Staaten des globalen Nordens. Also natürlich haben wir gerade im Imperialismus betroffenen Ländern das immer wieder, weil du hast es schon richtig gesagt, gerade über diese ganzen Fälle, und das sind ja auch die Fälle, über die wir jetzt primär diskutieren, wenn darüber gesprochen wird, also das, was in Europa, das, was jetzt nahe Europa oder Nordamerika oder dann noch in so einem Staat wie Brasilien passiert ist. Und das macht natürlich auch einen großen Unterschied dann, wenn man eben über befürchtete Säuberung spricht von linken, oppositionellen, revolutionären Kräften, was ja uns auch ganz direkt betreffen würde. Also ich denke, man darf nicht unterschätzen, was so eine rechte Regierung auch bedeuten kann, gerade wenn wir eben in die USA beispielsweise schauen, da ist jetzt nichts bei rumgekommen, aber es gab ja auch eine starke Bewegung dahin und einen starken Versuch, die Antifa wirklich einfach unter diesem Label als eine Terrororganisation zu klassifizieren. Und es gab stärkere Verfolgung von linksradikalen Gruppierungen. Und da möchte ich wirklich immer zu bedenken geben, dass diese Verfolgung von linksradikalen und revolutionären Kräften, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall einen Einfluss hat, wenn sich eben so idealistisch dann von eben rechten Regierungen darauf eingeschossen wird und es natürlich auch irgendwo Sinn macht, weil das starke Konkurrenten auf der Straße sind, es trotzdem immer diese konstante Verfolgung von linksradikalen Kräften, von revolutionären Kräften gibt, wenn die eben aneinander clashen. Also wenn wir jetzt uns die große Ampelkoalition hier in Deutschland angucken und die Verfolgung von Klimaaktivisten, gerade denen, die eben gegen die großen Braunkohletagebauten vorgehen, das zeigt uns ja auch das große Problem, was wir beide damit haben, dass dann nämlich immer, wenn wir uns jetzt diesen bestehenden Staat angucken, mit einer liberalen Regierung, mit einer linksliberalen Regierung, meinetwegen auch noch einer konservativen Regierung, immer da unter den Teppich gekehrt wird, wie prekär diese Verhältnisse jetzt schon sind und dass sich das nicht einfach magisch ändern wird, weil zumindest, wenn wir jetzt über diese rechten Kräfte innerhalb des Parlamentarismus sprechen, die vielleicht sicherlich unterschiedliche Richtungen von ihrer Politik ausführen, aber nichtsdestotrotz sie immer an die Regeln dieses Marktes und die Regeln, wie dieser Staat an sich funktioniert, gebunden sind. Und das ist schon schlimm genug und das macht nämlich eigentlich das täglich Brot dieser Repression aus. Und um das noch an diese Fragen mit anzuschließen und einen kleinen Exkurs noch mal in die Richtung zu machen, bedeutet natürlich eine linke Regierung andersherum nicht automatisch, dass dann also alles furchtbar toll wird und unsere Vorstellungen umgesetzt werden. Also da kann man Griechenland sehr gut als Beispiel nehmen, wo mit Syriza ja eine linke bis linksradikale Partei an der Macht war, weil Syriza ja so ein Parteienbündnis aus auch verschiedenen wirklich radikal-linken Organisationen war und dort also auch selbst kleinste versprochene Reformen innerhalb der sehr stark faschistisch geprägten Polizeistrukturen in Griechenland nicht passiert sind, zahllose Hausprojekte weiterhin geräumt wurden und es eine ungebrochene Repression auch gegen soziale Bewegungen gab, obwohl diese Partei aus der sozialen Bewegung kommt und mit ihnen verbunden war. Das zeigt uns einfach, dass wir generell etwas vorsichtiger und zurückhaltender sein sollten, was parlamentarische Verschiebungen anbelangt, weil sie oft viel kleinere Veränderungen mit sich bringen, als es zuerst wirkt. Natürlich bringt es Veränderungen mit, natürlich gibt es einen Rahmen, in dem sich das Ganze bewegt, aber es wird halt eben in der allgemeinen Propaganda von den Medien von links bis rechts immer so dargestellt, als sind das halt so wegverweisende Veränderungen und da müssen wir eben wirklich vorsichtig sein und ein kritisches, analytisches Verhältnis zu gewinnen zu diesen Entwicklungen. Ja, noch ein anderer großer Punkt, der da ja immer angesprochen wird, sind eben diese unterschiedlichen sozialen Gesetzgebungen und da geht es ja eben vor allem dann um die Frage von rassistischer Politik, sexistischen Gesetzen, queerfeindlichen Gesetzen. Und da würde ich sagen, da gibt es natürlich Unterschiede und ich finde, da kann man immer gut gegenüberstellen. Wenn wir uns jetzt den japanischen und den deutschen Staat angucken, ich weiß, ich bin eigentlich auch kein großer Fan von diesem Staatenvergleich, weil die Staaten nun mal häufig sehr unterschiedlich sind, aber wenn wir uns das beide angucken, da sehen wir ja zwei Industriestaaten mit noch viel mittelständischer Industrie, etc. mit einem hohen Arbeitskräftebedarf. Und da sehen wir ja schon, dass eben Japan, das notorisch lange schon von sehr rechten Regierungen, rechtsradikalen Regierungen regiert wird, eine ganz andere Bevölkerungspolitik hat, als beispielsweise die Bundesrepublik. Vor allem, was den Zustrom an Arbeitskräften durch Migration bedeutet und auch die Aufnahme von Geflüchteten. Und ich finde, da kann man das natürlich schon sehen. Und das ist auch was, wo ich glauben würde, wenn wir uns das jetzt anschauen, wenn jetzt tatsächlich die AfD im Bundestag sich mal durchsetzen wird, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das Leben und Sterben an EU-Außengrenzen und auch die ganze Lebensgrundlage von schon angekommenen Geflüchteten in Deutschland bedeutend beschissener sein wird. Und das finde ich da auch wichtig, auch wenn man dann gerade aus so einer anarchistischen Perspektive wie wir das ja jetzt auch vertreten, das möchte ich hier gar nicht jetzt irgendwie durch so einen Punkt hier kleinreden, von diese Unterschiede sind nicht so groß, wie sie ausgemacht werden, dass es natürlich für bestimmte Personengruppen sehr große Unterschiede machen kann. Und das, finde ich, ist auch wichtig, dabei eben im Kopf zu behalten, aber aus diesen Punkten nicht heraus dazu überzugehen, dann eben den großen Untergang, wenn diese Regierungen an der Macht sind, an die Wand zu malen. Genau, weil auch da wieder der Punkt, es gibt diese Verschärfung, dann auch auf einer gesetzlichen Ebene, das können wir auch in ganz vielen anderen Staaten sehen, in Polen oder auch in den USA, gibt es ja auch gerade eine Menge Verschiebungen, was so Abtreibungsgesetze und so weiter anbelangt. Das sind ja auch letzte Folgen von der Trump-Ära, die das noch verstärken, diese Entwicklung. Aber all solche Entwicklungen haben ja auch immer eine gesellschaftliche Gegenformation, eine gesellschaftliche Gegenmacht, die darauf dann entwickelt wird. Also speziell in den USA, finde ich, kann man das sehr gut sehen, dass die sozialen Bewegungen massiv gestärkt wurden durch die Machtübernahme von Trump. Und das macht natürlich auch wieder Hoffnung oder eine Möglichkeit darauf, dass Entwicklungen auch wieder zurückgedreht werden können und viele Menschen sich halt eben politisieren und darüber dann auch Kämpfe entwickelt werden können, die dafür sorgen, dass eben solche dann auch reaktionären Rückentwicklungen nicht konserviert werden auf Dauer. Und es natürlich andersherum auch die Geschichte immer wieder gezeigt hat, Griechenland ist da ja ein fantastisches Beispiel, dass dann die Wahl von großen linken Bündnissen genau den umgekehrten Effekt haben kann. Nämlich wenn sie in einer starken Verbindung, was sie ja häufig sind, mit Bewegungen auf der Straße in die Parlamente einziehen, dass dann eben diese Bewegungen auf der Straße sehr viel an Wirkmächtigkeit einbüßen, weil, naja, jetzt sind ja die Guten am Parlament. Dann können wir uns ja jetzt zurücklehnen und uns darauf verlassen. Okay, an der Stelle wollen wir dann nochmal auf die von uns schon angeschnittenen Beispiele genauer eingehen und wollen uns der Frage widmen, wie viel ist da dran an den konkreten Beispielen, die wir auch genannt haben in den verschiedenen Ländern? Wie viel Mythos ist da oder wie viel Wahrheit ist da dran, dass jetzt durch entsprechende rechte Regierungen oder rechte Kräfte sehr grundlegende Veränderungen passiert sind oder sehr, sehr krasse reaktionäre Ereignisse gepusht wurden? Ja, und da kann man ja eigentlich am besten hier ganz lokal anfangen, nämlich mit der AfD. Die AfD hat jetzt natürlich noch keine Bundesregierung gestellt und auch noch keine Landesregierung, aber zumindest ist es ja so, dass die AfD jetzt in vielen ostdeutschen Bundesländern zweitstärkste Kraft geworden ist, auch im Bundestag sich ja eigentlich so um die 10% eingestellt hat. Da kann man natürlich jetzt sehr einfach sagen, ja, Leute, schaut euch das an, da ist doch jetzt gar nicht so viel passiert. So gesehen stimmt das jetzt auch für den parlamentarischen Alltag. Natürlich ist das alles ein Mythos, von wegen, es wird gar nicht mit der AfD zusammengearbeitet, es wird ja immer von konservativen bis linken Kräften gesagt. Das stimmt natürlich aber auch so nicht, wenn man sich das anguckt mit Abstimmung und so, weil ich da jetzt auch kein Experte bin. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die AfD auch im Vergleich mit anderen parlamentarischen Parteien tatsächlich einfach sehr wenig Macht und sehr viel abwesend ist. Was sehr interessant an der Entwicklung der AfD ist, ist, dass es eine ganz faktische Steigerung des rechtsradikalen Einflusses innerhalb dieser Partei gibt. Und das Interessante ist nun, dass es ganz lange so wirkte, als würde dieser Triumphweg der AfD, dass sie also immer weiter an Einfluss gewinnt, immer bessere Wahlergebnisse hat und dann einfach mit den Jahren so durchmarschiert, dann zu einer Regierungsübernahme, zuerst in Landesparlamenten, dann auf Bundesebene, dass das sich total stark manifestiert und eigentlich kaum aufzuhalten ist von der Entwicklung her. Das wirkte halt wirklich einfach lange so und wenn man sich dann auch so die Reaktion der Linken darauf anguckte, dann konnte man das eigentlich auch schon so annehmen, dass wir jetzt eigentlich mit der Entwicklung der AfD in ein paar Jahren schon in einem Faschismus fast leben würden. Und das ist ja tatsächlich so gekommen, dass für den Moment dieser Siegeszug eigentlich ziemlich gebrochen ist erstmal. Natürlich ist die AfD weiterhin auf einem relativ starkem Fundament mittlerweile gebaut. Sie konnte einige Wahlerfolge erzielen und hat sich wirklich manifestiert im Kontext des parlamentarischen Geschehens und auch des außerparlamentarischen Geschehens als eine reale Opposition letztendlich von rechts. Und das ist natürlich ein riesiges Problem und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die sich so manifestieren kann und rechte bis rechtsradikale Positionen allgemein in der Gesellschaft massiv stärkt. Allerdings ist es ja trotzdem so, dass auch diese Partei abhängig zu sein scheint sowohl von Ereignissen, die in Deutschland und geopolitisch passieren und je nachdem, was gerade auf der Welt passiert, bestimmte Themen eben bei denen besser laufen, bestimmte Themen bei denen schlechter laufen. Es also gar nicht so einfach vorherzusehen ist, wie sich diese Partei jetzt entwickelt und man jetzt nicht einfach sagen kann, okay, die marschieren halt so durch. Jetzt gerade profitieren sie vielleicht wieder ein bisschen von dieser ganzen Inflationsgeschichte, das hat man jetzt schon gesehen in Umfrageergebnissen. Davor sind sie aber massiv gesunken, weil es halt im Kontext der Corona-Pandemie offensichtlich nicht gelungen ist, für sie ihre Politik so zu verankern. Daran sieht man, finde ich, auch, dass es jederzeit eigentlich möglich ist, dass so eine Partei auch wieder einen Einfluss verliert gesellschaftlich und dass auch WählerInnen, die sich dieser Partei zugewendet haben, auch Aktive, die sich dieser Partei zugewendet haben, auch enttäuscht sind, austreten oder sagen, boah, ich bin schockiert von diesem Wandel hin zu einer radikalen Rechten. Das ist nicht mehr meine Partei. Es gab ja zahllose Leute, die halt da ausgestiegen sind, also wirklich viele, auch führende Köpfe und immer wieder Verwerfungen und Brüche. Und auch darin kann es natürlich auch Korruptionsfälle geben, kann es irgendwelche Fälle von Skandalen geben. Das ist ja kein gesetztes Phänomen, dass hier diese Partei auf einem ewigen Siegeszug ist. Und gleichzeitig ist es einfach, finde ich, ein Mythos. Und ich glaube nicht daran, dass wenn die AfD noch stärker wird und auch in Landesparlamenten und so weiter sitzt, dass man dann aus diesen Ländern flüchten muss, wo sie also ist, wo dann irgendwie quasi der Faschismus ausbricht. Und das ist halt eine Einstellung, die, glaube ich, ziemlich schädlich auch für die Linke ist, wenn sie schon in so einer vorprognostizierten Aufgabe des eigenen Standpunkts und des eigenen Kampfes halt da existiert, weil sie sagt, ja, dann ist es ja eh hoffnungslos, wenn die Einmal in der Macht sind. Ja, vor allem denke ich mir das immer gerade, wenn irgendwelche linken deutschen Ossis das dann über Ostdeutschland sagen oder am besten noch irgendwelche Wessis dann von außen irgendwie, ja, wie kannst du da eigentlich noch leben? Und ich denke mir dann, dass es wirklich so viele Linke, so viele migrantische Communities gibt, die durch die 90er Jahre durch da geblieben sind und halt auch weiterhin da dieser ganzen Scheiße was entgegenhalten. Und das ist ja auch die Sache mit der AfD in Ostdeutschland, wenn man sich das anguckt. Diese ganzen Strukturen, diese ganzen sozialen Probleme existieren ja eigentlich schon die ganze Zeit. Und das auch auf einer übergesellschaftlichen Ebene. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass mit der Entwicklung der AfD die radikale Rechte in Deutschland nochmal eine deutliche Professionalisierung hingelegt hat und vor allem auch eine Vereinheitlichung, was sie einfach wirkmächtiger macht. Aber es ist ja nicht so, als wäre das einfach aus dem Nichts heraus entstanden. Wir haben in Deutschland, einige von euch kennen sie vielleicht noch, mit der NPD, aber auch mit anderen Parteien, mit der DVU, mit der Schill-Partei und anderen kleineren Sachen, wie hier in NRW beispielsweise hatten wir diese verunterschiedlichen Probewegungen, die dann auch in andere Städte exportiert wurden. Eine sehr fragmentierte, aber trotzdem auf einem etwas geringeren Niveau als die AfD auch immer lokal vertretene rechte Kraft. Und daneben auch eine große rechte außerparlamentarische Bewegung. Und, das ist auch eine Sache, die AfD hat einfach sehr viele Kräfte aus den bürgerlichen Parteien, das ist eigentlich ein beschissener Begriff dafür, den bürgerlichen Parteien, den restlichen Parteien gebunden, die auch da schon rechtsradikale Positionen vertreten haben. Da mag sich doch einfach mal, wer irgendwelche CSU-Parteitage von 2000 oder so angucken, oder auch CDU-Parteitage, was es da teilweise für Reden gab. Und das wird bei dem Ganzen dann immer vergessen, wenn so ein großer neuer rechter Player da auf die Landkarte kommt. Da muss man ja auch nochmal sagen, wenn wir über diese linke Angst hier primär in Deutschland reden, ist es natürlich auch eine Sache, dass wir eine rechte Partei rechts von der großen konservativen Partei im Gegensatz zu vielen anderen der Nachbarstaaten oder anderen Staaten auf der Welt einfach so nicht kannten. Und deswegen natürlich die AfD auch nochmal eine ganz besondere Betrachtung bekommen hat. Ja, und jetzt mögen natürlich auch manche von euch sagen, und das ist ja auch das, was man dann häufig hört, nun gut, hier die AfD, ja, aber das sind alles nur Ängste für die Zukunft, wenn sie dann mal an der Macht sind. Aber genau deswegen ist es ja auch spannend, sich dann eben die Länder anzugucken, wo eine Partei wie die AfD schon an der Macht ist. Ja, da würden wir zuerst über Polen sprechen. Dort kann man ja auch sagen, dass es ja schon länger eine AfD an der Macht gibt und dass dort auch eine Form von schleichender Entwicklung nach rechts von der Gesellschaft eigentlich stattfindet. Oder eine Manifestierung, weil die dadurch, dass in Polen die Kirche einfach einen sehr großen Einfluss hat, sehr reaktionär geprägt ist, ist es jetzt auch nichts Neues. Das wird einfach nur, denke ich, auf einer parlamentarischen Ebene sozusagen noch manifestiert und ausgebaut. Wir können aber sehen, dass in Polen jetzt auch nicht der Faschismus ausgebrochen ist. Das ist einfach mal so plump zu sagen. Naja. Und es auch eine Menge interessanter Entwicklungen gibt. Zum Beispiel gerade in der von mir angesprochenen Kirche ist tatsächlich die Zahl der Mitglieder rückläufig. Eine kurze Anmerkung aus dem Schnitt an dieser Stelle, weil man das, was ich dort behauptet habe, nicht eins zu eins so sagen kann. Das Problem ist, dass die katholische Kirche in Polen die Mitgliederzahlen, die Entwicklung davon, geheim hält und dass es sehr, sehr schwer ist, aus der katholischen Kirche auszutreten. Was bei mir im Hinterkopf noch wahr ist, dass es tatsächlich praktisch statistisch belegt ist, dass die Religiösität und die aktiven KirchengängerInnen, dass das sehr stark nachgelassen hat. In der Statistik, die 2005 bis 2014 erfasst, hat die Religiösität von 66% auf 39%, also die stark religiös sind, abgenommen und parallel dazu und parallel dazu die Religiösität in der eigenen Art und Weise von 32% auf 52% und nicht-religiös von 1% auf 5% zugenommen. Und dort können wir dann doch eine sehr starke Entwicklung von der Kirche weg identifizieren und eine Gegenentwicklung zu verschiedenen reaktionären Ausprägungen innerhalb der katholischen Kirche und nun weiter im Text. Es gibt mittlerweile sehr starke feministische Bewegungen, die einiges probieren, einiges bewirken. Es gibt starke gewerkschaftliche Bewegungen in Polen, die guten Zulauf haben und von daher ist es sozusagen keine ganz klar eindeutige Geschichte in Polen, sondern es gibt sowohl positive als auch negative Entwicklungen. Ein ähnliches Phänomen lässt sich ja vielleicht sogar mit Brasilien beschreiben, wobei sich da ein bisschen anders gestaltet, oder? Ja, da hast du natürlich recht, aber ich würde eben sagen, bei Brasilien gestaltet sich das jetzt anders, aufgrund von anderen Gründen, als man vielleicht zuerst vermuten mag. Wenn wir uns eben Brasilien anschauen, da sprechen wir ja über die Wahl und die Präsidentschaft von Jair Bolsonaro, dem Trump des Südens, wenn man so sagen möchte. Da finde ich, ist es nämlich wichtig, sich anzuschauen, dass der brasilianische Staat einfach auch anders aufgebaut und aufgestellt ist. Und gerade da, wenn wir uns Verschärfung von verschiedenen sozialen Fragen angucken, es auch einfach an der Struktur dieses Staates liegt. Also es stimmt natürlich, Jair Bolsonaro ist auf jeden Fall ein Faschist in seinen Überzeugungen. Er hat jetzt nicht den Staat zu einer faschistischen Diktatur umgebaut. Das stimmt. Aber gerade, wenn wir uns Brasilien angucken, und das werden wir auch in einem anderen Beispiel gleich noch sehen, dann ist es auch einfach sehr wichtig, wie beispielsweise Repressionsapparate gewachsen sind. Brasilien war ganz lange Zeit auch noch in der Moderne eine Militärdiktatur. Ich weiß jetzt gar nicht, bis wann genau, 60er, 70er, 80er Jahre circa. Und natürlich sind sehr, sehr viele von diesen Strukturen dadurch noch stark faschistisch geprägt. Ähnliches kennt man ja vielleicht auch aus Griechenland, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, was ja auch eine Zeit lang eine Militärdiktatur war. Und neben dessen, der Staat auch einfach mit seiner rassistischen Politik, die ja immer unter Bolsonaro jetzt betont wird, die Abholzung des Amazonas, das Vorgehen gegen die indigene Bevölkerung darauf angewiesen und aufgebaut ist. Wenn man sich das anschaut, du hast mir ja jetzt zuletzt nochmal eine Statistik gezeigt mit den Abholzungen unter Bolsonaro und den Abholzungen vor unter Lula, dass bei Lula vor die Abholzungsquote noch viel höher war. Und ich würde sagen, das kann sich auch eigentlich gar nicht an diesen einzelnen Politikern bemessen, sondern das liegt einfach daran, dass der brasilianische Staat auf diese Agrarindustrie angewiesen ist und nun mal einfach darauf scheißt, ob da schon Menschen leben, wie sie da leben und die dann eben vertreibt und diesen Wald abholzt, weil er es einfach nötig hat. Das ist einfach in die Funktionsweise, in die DNA dieses Staates eingeschrieben. Und das will ich jetzt auch gar nicht sagen so aus einer moralischen Perspektive von wegen, ach schau mal, wie böse dieser Staat funktioniert. Das liegt einfach daran, wie seine Wirtschaft historisch gewachsen ist, wie er geografisch gelegen ist. Und das muss man bei dieser ganzen Analyse dann auch von wem wie Bolsonaro einfach im Hinterkopf behalten. Weil sonst gehen wir auch wirklich einfach von so einer materialistischen Betrachtungsweise von dem Ganzen weg und gehen dann über in so ein liberales Bild von einer Geschichte von großen Männern, die große Taten wegen großen Ideen vollbringen. Und alles hängt sich nur daran auf. Und wenn man so die Geschichte betrachtet, dann wird man nun mal immer wieder den gleichen Fehler machen und denken, ha, dann brauchst ja nur die große Frau mit den richtigen großen Ideen, um dann die große Geschichte für uns alle zu machen. Oder in Brasilien wäre ja noch ein weiteres Beispiel. Dieser Staat ist nun mal durchzogen von Korruption. Lula selbst als große Hoffnung aus der selber aus der Bewegung von Links, von Arbeiterbewegung von unten hervorgekommen ist, saß er anderthalb Jahre glaube ich im Knast wegen Korruptionsvorwürfen, die dann nicht so ganz bewiesen werden konnten. Man weiß natürlich auch nie, was da jetzt dran ist, ob das jetzt irgendwie untergeschoben wurde oder nicht, aber ich glaube eben schon, dass da was dran ist oder dass zumindest die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch ist, weil das ja nicht nur ihn betroffen hat, sondern auch viele Leute um ihn herum, die damals mit ihm an der Macht waren aus entsprechenden linken Parteien und das sind einfach Gesetzmäßigkeiten. Sowas kann man nicht einfach so umkrempeln als eine Person, die jetzt an die Macht kommt, sondern sowas passiert halt auch einfach, weil Gesetzmäßigkeiten im Staat existieren und das gilt natürlich auch so für so Bereiche wie Korruption und genauso gilt das halt andersherum dann auch für rechte Kandidaten wie jetzt jemand wie Bolsonaro, okay, der ist meinungstechnisch ein Faschist, am liebsten hat er gerne eine Diktatur, wo eine Ein-Mann-Diktatur, wo alle mit seinem Konterfei irgendwie in der Gegend rumlaufen und ihm irgendwie huldigen und irgendwelche Minderheiten in irgendwelche Lager zu stecken, aber er kann das halt einfach nicht so ohne weiteres umsetzen, weil sonst das gigantische Folgen für Brasilien auf dem Weltmarkt hätte. Solche Entwicklungen sind überhaupt wenn schleichend. Man kann es nicht als über einen parlamentarischen Weg einfach so eine riesige Volksfindschaft wie Brasilien übernehmen und dann einfach mal so hupsi du, machst du jetzt eine Ein-Mann-Diktatur da draus und fährst du das Land halt vor die Wand und das ist dem Typen und seiner Schar halt auch klar, dass er halt einfach seinen politischen Tod bedeuten würde, wenn er das halt macht. Ich finde als Abschluss in dem Bereich noch die Türkei interessant, weil bei der Türkei, finde ich, kann man den Unbau von einem Staat in ein autoritäres Gebilde deutlicher sehen. Ich finde, das ist ähnlich zu Brasilien teilweise, wie dieser Staat beschafft ist, also dass es ein sehr autoritärer Staat schon seit so vielen Jahrzehnten ist und dass alle eigentlich politischen Kräfte querbeet auch in der Kurdenfrage auf tendenziell eher so Genozid eingestellt sind und dass sich das jetzt nicht nur prinzipiell an Erdogan bemisst. Aber bei Erdogan ist das ja auch so spannend, weil er am Anfang diese Entspannungspolitik ja auch gefahren hat und als so eine liberale Hoffnung auch galt. Es liegen, denke ich, auch wieder Gesetzmäßigkeiten zugrunde, warum diese Entwicklung jetzt so passiert ist, weil nun mal die türkische Wirtschaft stark am Schwächeln ist. Es braucht halt einen äußeren Feind. Es braucht auch in einem lokal-imperialistischen Sinne eine Vision, die darauf angelegt ist, halt auch eine Rolle in der Region zu spielen, wo Erdogan und die Türkei an sich als Staatsgebilde einfach einen Anspruch hat, in der arabischen Welt dort eine Rolle einzunehmen in den Konflikten. Dadurch, denke ich, gab es halt eine automatische Rückbesinnung in so eine noch autoritäre Form des Staatsgebildes, weil das einfach wirtschaftlich und von den Machtinteressen dieses Staates Sinn macht. Und ich finde, die Türkei gibt uns dann halt eben auch einen Ausblick darauf, wie stark die Gefahrenlage letztendlich ist von der Entwicklung der jeweiligen Staaten, wo es dann Rechte oder in dem Fall dann mittlerweile islamistische Regierungen und so weiter gibt, hängt von so vielen Faktoren in den jeweiligen Ländern, von so vielen wirtschaftlichen, geostrategischen Fragen ab, dass es einfach nicht klar zu sagen ist, prinzipiell, jetzt ist ein Faschist in der Macht, jetzt wird es auch Faschismus geben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen Umgang mit dieser Angst finden, die ja auch berechtigt ist. Natürlich ist es berechtigt. Und speziell, wenn wir uns die Situation in der Türkei angucken, dann können wir das doch auch sehen, wie schlimm auch dieser Umbau ist, wie kaputt mittlerweile alle Teile der Gesellschaft gemacht wurden, die halt kritische Stimmen sind, von Presse über Gerichte, die dann auch vielleicht nochmal was versucht haben oder auch in der Türkei war ja auch das Militär immer sehr stark, dass es da auch immer mal so Oppositionsbewegungen gab und so weiter, das alles auf Linie gebracht ist. Dennoch, wie gehen wir mit dieser Angst um? Weil wir müssen ja einen Umgang damit finden. Wir müssen ja einen Umgang mit dieser Situation finden, dass es einen faktischen Rechtsruck auf dieser Welt gibt. Ja, ich denke, da ist eigentlich das, was wir durch diese Folge hindurch versucht haben, ein sehr guter erster Anhaltspunkt sich nämlich ganz genau anzuschauen. Was für Potenziale liegen eigentlich in den jeweiligen Staaten, wenn dort eine rechte Regierung an die Macht kommt? Wie könnte das eigentlich aussehen? Und das eben dann auch mit dem bestehenden vergleicht. Wie ihr ja gerade eigentlich gesehen habt an dem Beispiel Türkei oder Brasilien, was wir besprochen haben, gibt es da auch einfach Unterschiede zu dem, was beispielsweise in Deutschland oder Polen dann passieren wird. Bei dem Ganzen, wie wir das hier präsentieren, das habe ich ja eingangs auch schon mal einmal angesprochen, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass es gerade bei einzelnen Fragen eine sehr große Betroffenheit dann eben bei bestimmten Personen geben kann. Wenn wir eben über Abtreibungsgesetzgebung sprechen, da wollen wir uns ja jetzt ja auch nicht einfach hinsetzen, irgendwie so groß sagen, ja, meine Güte, muss man dann halt mal gucken und polen, ach, ist ja noch gar nicht so schlimm. Und natürlich für die Frauen vor Ort, die dort abtreiben wollen, ist das einfach die absolute Hölle. Ähnlich, wenn wir uns jetzt anschauen, anderes aktuelles Beispiel, der israelische Staat und die Frage dann von neuem Siedlungsbau im Westjordanland, das ist für die Menschen vor Ort natürlich eine gigantische Frage, welche von den Regierungen jetzt dort an der Macht ist. Das muss man natürlich bei diesen ganzen Beispielen am Kopf behalten. Aber da sei eben auch gesagt, nicht jede von diesen möglichen rechten Regierungen, wie wir an vielen anderen Beispielen gesehen haben, haben diese Potenziale enthalten oder bedeuten so große, singuläre Fragen. Wenn wir uns dann das Bestehende angucken, sehen, dass diese ganzen Systematiken jetzt schon existieren. Diese ganzen Regulierungen, diese ganzen Grundsätze, auf denen dann eigentlich nur die rechte Regierung aufsetzen und im Endeffekt dem Ganzen noch eine scheußlich schmeckende Kirsche oben drauf setzen. Wenn wir eben nicht diese richtige Analyse haben, können wir genau das vermengen, können wir uns einfach affirmativ auf das Bestehende beziehen, können sagen, ja, das, was uns jetzt hier gerade umgibt, diese ganze Scheiße, diese ganzen Zumutungen, die so viele Menschen, die wir selber ertragen müssen, dass das einfach nun mal die Realität ist. Das ist Geschichte, das ist gesetzt, fertig aus. Nur das, was da noch kommt, das kann das Schlimme sein. Das ist das Monster. Aber wenn wir da wirklich drauf eingehen, dann sehen wir nicht die ganzen Monster, die uns jetzt schon umgeben. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir eine gewisse Form von Ruhe behalten und eine gewisse Form von Klarheit uns bewahren, egal welche Situation auch über uns da hereinfällt. Denn das ist eine ganz zentrale Angelegenheit von dem, was wir auch aussagen wollten heute, dass egal in welchem gesellschaftlichen Zustand wir uns befinden, wir kämpfen immer weiter. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich in einer liberalen Demokratie lebe, mag sie auch so ausgehöhlt sein, wie was auch immer, oder ob ich in einer rechten Diktatur lebe oder in einem Land, was dann von einem Rechten oder von einem Faschisten regiert, für der nur seine Vorstellungen nicht umsetzen kann oder so. Natürlich macht das alles Unterschiede und das macht auch konkrete Unterschiede in der Realität der Menschen. Aber für uns als radikale Linke, die wir grundsätzlich in Opposition zu jedweder Herrschaft stehen, zu jedweder Ausbeutung stehen, ist doch das vor allen Dingen eine Frage von auch dann veränderten Kampfbedingungen. Wir müssen doch auf jede Situation, die über uns hereinbricht, probieren eine Antwort zu finden, probieren an der Seite der Arbeiter in Klasse zu stehen und mit jeder Herausforderung, die die Situation für sie bereithält, auch umgehen zu können. Und da bringt es nun mal nichts, wenn Panik zu verfallen. Und deswegen bietet jede Situation auch wieder neue Möglichkeiten, neue Chancen und natürlich auch neue Einschränkungen, neue Veränderungen, die wir begegnen müssen. Das sei noch vielleicht zum Abschluss gesagt. Wir leben allgemein in Zeiten von dramatischen Zuspitzungen. Es ist vollkommen offensichtlich, dass wir in den nächsten Jahrzehnten in absolut katastrophale Zustände laufen werden. Alles, was wir jetzt gerade erleben, diese Verstärkung der politischen Rechten, dass es auch wieder vermehrt zu Kriegen kommt, selbst eben in Europa. Das sind ja alles Vorgeplänkel auf diese kommenden Situationen. Das ist ja dieses gesamte System. Jeder der verschiedenen Player probiert sich halt den möglichst großen Kuchen noch für sich zu ergattern in der Konkurrenz zu den anderen Playern. Das ist doch auch logisch, dass die politische Rechte jetzt einen Einfluss gewinnt. Dass also auch viele Menschen sich dahin wieder wenden, aufgrund der Unzündigkeiten unserer Zeit, aufgrund der Zuspitzungen dieser Zeit. Und dass es auch zu einer Polarisierung letztendlich kommt. Wenn man das aus so einer liberal-demokratischen Sicht sagen will, ja, es kommt zu einer Stärkung der politischen Ränder. Es kommt zu einer Stärkung der politischen Rechten, aber es kommt auch zu einer Stärkung der politischen Linken letztendlich. Das muss uns doch bewusst sein, dass in dieser ganzen Situation, in dieser Zuspitzung, die bricht halt auch nur mal die als sozialer Frieden über so viele Jahrzehnte existierende, in so vielen Ländern existierende Normalität auf. Und dafür müssen wir bereit sein. Dafür müssen wir bereit sein, zu kämpfen, dass wir dann in diesen Bruchstellen eine relevante Radikal-Link entwickeln können, die auch den Kampf aufnehmen kann. Die auch zeigen kann, nein, nicht nur irgendwelche Multimilliardäre können sich hier darstellen als die tolle Alternative zum etablierten Establishment. Nein, das ist die falsche Alternative. Wir sind die Alternative. Die einzige Alternative, die es gibt, letztendlich ist die soziale Revolution zu diesem kapitalistischen System. Und wenn wir uns darauf zurückziehen, einfach nur zu sagen, es wird immer schlimmer und wir müssen ja hier und zu noch auf den Antifaschismus, weil überall Rechte und wir müssen irgendwie die liberale Demokratie verteidigen, dann haben wir verloren. Dann haben wir verloren. An der Stelle könnt ihr natürlich auch gerne nochmal in unsere Kritik des Antifaschismus reinhören, die auch letztendlich ein bisschen Zusammenhang mit dieser Folge hat. Ja, und ich denke, damit haben wir dann heute sicherlich auch mal wieder ein Thema angesprochen, was viele von euch auch persönlich zum Nachdenken anregen wird, weil uns hat es ja auch genau deswegen zum Nachdenken angeregt, weil wir es selber bei uns kannten. Diese Angst, die ist uns ja nicht fremd, sondern die haben wir selber schon oft genug gespürt, wenn wir eben, so wie ich es eingangs in der Einleitung angeschnitten hatte, dann irgendwo hier vorm Fernseher saßen und uns dann irgendwelche Hochrechnungen angeschaut haben. Genau deswegen sind wir natürlich auch gespannt mit euch dann im kommenden Livestream darüber zu diskutieren mittwochs und sind sehr gespannt, was ihr dazu denkt, wie ihr vielleicht auch selber eigene Strategien dafür entwickelt habt, um mit dieser Angst umzugehen, denn diese Zeiten, in denen wir leben, die Zukunft, die macht nun mal Angst und irgendwie müssen wir damit umgehen. In dem Sinne verabschieden wir uns für heute und wünschen euch alles Gute auf das, wir die Hoffnung nicht verlieren in diesen schweren Zeiten. Glück auf und auf bald. Glück auf. Ey, nicht so schnell weg von hier. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, sie dich zum Nachdenken angeregt hat oder du es einfach nur allgemein schön fandest, mal etwas anarchistischem Content auf Spotify, diversen anderen Plattformen oder YouTube zu hören, dann denkt doch darüber nach, uns zu unterstützen. Abonniert uns, wo ihr selbst zugegen seid. Wir sind eigentlich überall vertreten, egal ob Twitter, Instagram, diverse Streaming-Plattformen. Ihr werdet uns überall finden, lasst ein Abo da, liked uns und vor allen Dingen verbreitet die Folge weiter und wenn ihr etwas Kleingeld übrig habt, unterstützt uns auch mit einmaligen oder regelmäßigen Spenden über Paypal oder Patreon. Eure Kohlen für über Tage.